Spitzenmannschaft, schon das Wort gefällt mir überhaupt nicht. Haben wir ein Ziel, dass wir eine Spitzenmannschaft sein wollen? Bloß weil wir jetzt zehn Punkte haben. Überhaupt nicht. Wir haben ein Ziel, die Mannschaft aufzubauen dieses Jahr und eine gute Saison zu spielen und besser zu sein wie letzte Saison vom Tabellenplatz her. Und da ist jetzt im Moment jeder Punkt einfach wichtig. Alles andere. Ich glaube, in dieser Liga gibt es unheimlich viele Spitzenmannschaften. Ich glaube nicht, dass wir dazugehören und dass es von heute auf morgen dazu reichen wird. Das baut man sich auf, glaube ich. Da braucht man manchmal auch Jahre dafür.